Hallo und willkommen beim Spiele-Dino Adventskalender mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr heute wieder reinschaut, denn Türchen Nummer 2 steht an, wieder mit einem tollen Spiel, welches ihr gewinnen könnt, das uns freundlicherweise durch spieletastisch.de zur Verfügung gestellt worden ist. Wir hoffen, ihr hattet gestern ein bisschen Spaß mit dem Rätsel und der lieben Rita. Auch heute haben wir natürlich wieder ein Rätsel für euch präsentiert von uns. Und bevor ich euch gleich das Spiel vorstellen werde, oder Melli besser gesagt, das Rätsel ist eine kleine Passagierkarte aus dem Spiel Dream Cruise. Ich freue mich schon, weil ich mag diese Karten total gern und da rätsel ich selber immer gerne mit, wer es denn sein kann. Aber Melli präsentiert euch erstmal das Spiel, um das es geht. Und Angelo greift mal neben sich. Ja, aber Melli, erzähl uns was dazu. Genau, und zwar gibt es heute Custom Heroes. Ja, Custom Heroes ist ein richtig cooles Spiel, kann ich schon mal sagen. Und zwar, warum ist es Custom? Ja, ihr baut eure Karten selber zusammen. Und sowas hat man selten gesehen. Wir haben es auch schon gespielt. Es ist ein richtig cooles Ding, denn ihr müsst immer Aufgaben erfüllen und ihr habt eine gewisse Anzahl von Karten eben in eurem Deck. Das werdet ihr immer vergrößern und eben verändern, indem ihr noch weitere Karten einfach mit in diese Kartenhülle reinsteckt und levelt dann entsprechend auf. Habt neue... Ihr habt einfach coole Stichkarten. Da haben wir einen Zehner entdeckt oder so. Also richtig cool gemacht eigentlich das Ganze. Ja, es ist ein Stichspiel und es hat uns tatsächlich gefallen. Selbst zu zweit. Und es war richtig cool. Auf jeden Fall. Und das könnt ihr heute gewinnen. Es ist für zwei bis sechs Spieler sogar. Also für die kleine oder auch ganz große Runde. Und wie könnt ihr das heute gewinnen? Angelo hat es ja schon angesagt. Ich werde jetzt mal was vorlesen. Genau. So, ihr seht jetzt schon aus welchen Spiels es ist, aber nicht um welches Spiels geht. Und es war die Familie Fuchs. Die war unterwegs. Und die Familie Fuchs hat die kleine Alice. Und Alice begann ihre Laufbahn 2008 als Aushilfsärztin in einem Forschungszentrum in Atlanta. Ich glaube Atlanta ist hier das Schlüsselwort. Und 2008 wahrscheinlich. Genau. Ja, wie immer, schreibt gerne die Lösung unter das Video. Dann könnt ihr gewinnen. Die kleine Teilnahmebedingung ist natürlich wieder, ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Ihr müsst eine Wohnanschrift bzw. eine Postanschrift in Deutschland haben. Und Melli, wollt ihr noch was dazu sagen? Genau. Und zwar, jetzt fragt ihr euch gestern wahrscheinlich so, oh Gott, wie lang geht denn dieses Türchen immer? Ja, natürlich 24 Stunden circa. Weil ja das erste Türchen ist. Dann kommt das zweite Türchen. Und jeden Tag gibt es ein neues Türchen. Deswegen habt ihr immer 24 Stunden Zeit sozusagen. Wir starten immer um 0 Uhr bis 0 Uhr. Dann kommt der neue Tag und so weiter und so fort. Es wird ausgelost. Und ihr meldet euch dann einfach bei uns. Und dann geht das Ding aufreißen. Und dann habt ihr es hoffentlich bald. Genau. Also wir drücken euch wieder die Daumen. Ich glaube, die Frage oder das Rätsel ist immer nicht ganz so schwer. Wie gesagt, wir drücken die Daumen. Und das war es dann wieder von hier. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Türchen, Türchen Nummer 3 mit einem neuen Rätsel wieder. Das heißt, wir sagen jetzt Tschüss und bis morgen. Ciao, ciao.